Ja, ich glaub's doch auch nicht. Ja, er meint, das wär von Bezaubernde Genie. Das ist doch eine Fernsehsendung. Ja. Okay. Der Chef meint, dass das alles gebabbelt ist. Mit ihren Zaubertricks. Ah ja, das kann ja jeder sagen, dass das Quatsch ist. Weil sie keine Ahnung haben. Ja, was meine Sie? Sie haben keine Ahnung. Zeichen Sie doch mal was. Ich brauch nur, mein Arm zu falten. Und dann... Zack. Und jetzt ist da im Kühlschrank Bier drin. Und Schnaps. So viel wie ich will. Das ist kein Quatsch. Gucken Sie doch selbst. Und das soll ich glauben. Sie meinen mal, ich hab auch einen Knall. Ah ja, das kann ja jeder sagen, dass das Quatsch ist. Weil sie keine Ahnung haben. Dürf ich mal ihren Kühlschrank sehen? Der ist da, geh ich über. Das können wir sie mir nicht erzählen. Das ist alles Quatsch. Wenn das so ist. Wenn das so ist. Ich guck doch nicht so schäle. Du weißt doch, dass ich ab und zu gern mal anklucke. Das ist doch gar ein Geheimnis. Und, das sind noch die Weiber. Ei, das geht dann halt ins Geld. Kann man nix machen. Du hast de Oma ihr Häusi versoffen! Du Schwein! Und jetzt musst du die Rechnung zahlen. Vom Wärtshaus und vom Puff. Das geht mich ja jetzt nix mehr an. Leck mich. Du hast de Oma ihr Häusi versoffen! Das ist ja das allerletzte! Du Schwein! Du Christe! Ich sag das! Du seufst und fickst dich hier durch und wir können dafür zahlen! Nix gibt's mehr! Scheiße! Aus da damit! Ich sag's dem Opa! Der haut dir den Arsch voll! Schäm dich! Ich soll mich schämen? Leck mich doch am Arsch! Beiß ihm die Hähne ab, Hassau! Beißen! Beiß ihm die Hähne ab! Bei dir geht's Trepperhaus nimmer ganz auf die Dachstupp!